Die Körbe, hast du die Körbe haltet und gerade? Ja, gerade willst du das umlaufen? Ja, wenn du schießt, das reicht. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Ich bin selber Vater, das muss ich sagen und da habe ich sofort Ja gesagt, als man mich gefragt hat, bist du bereit, da mitzulaufen im Kampf gegen den Kindesmissbrauch und als Vater sage ich heute Morgen allen Eltern, schlagt eure Kinder nicht, zieht lieber eure Laufschuhe an, zieht eure Sportschuhe an, geht mit Kindern auf euren Fußballplatz, spielt mit ihnen, da habt ihr alle was davon und die Aggressionen gehen auch weg. Das ist ja schon sehr auffällig, mit den Shirts laufen, wir sind viele, die die Strecke immer wieder ablaufen. Wir fallen auf, dadurch, dass wir eine Staffel machen. Ja, was machen die da eigentlich, wieso laufen die nicht durch? Da guckt man hin und da sieht es dann halt. Ja, im Prinzip bei Hänsel und Gretel arbeite ich seit 10 Jahren als Botschafter und tue eigentlich alles, was weh tut. Da war natürlich die Anfrage, ob ich da hier mitlaufe bei der Promi-Staffel. Für mich eigentlich ein klares Muss. Da muss ich nämlich zu Hause auch mal wieder was für den Körper machen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich jetzt hier schon mal extra beim Berlin-Marathon bin und auch die Chance habe, hier mal eine ganze Million Leute beim Training-Zuschauer zu haben, dann ist das natürlich eine einmalige Gelegenheit. Und ja, die habe ich natürlich wahrgenommen und bin jetzt bis zum Schluss hier mitgelaufen, habe dann mit einem ganz anderen Teamkollegen immer viel Spaß gehabt. Das Soziale zu engagieren, egal in welcher Form. Das ist für mich immer wichtig. Ja, für die Stiftung Hänsel und Gretel ist es natürlich eine Riesensache bei einem solchen Event dabei zu sein. Wir sind eine relativ kleine Stiftung, aber doch ganz schlagkräftig im 10-jährigen Jubiläumsjahr. Diese Partnerschaft mit dem Real Berlin Marathon ist toll. Und gemeinsam mit Real Berlin Marathon bringen wir die Notinsel zum Laufen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020